Heute wollen wir anschauen, wie man Artefakte vergleichen kann, die sich weder in Struktur noch in Form übereinstimmen. Das heißt, im Prinzip ist das so, dass wir sagen, wie können verschiedene Personen, die man nicht kennt, total komplett, wie können die miteinander reden. Um ein unbekanntes Artefakt zu befragen, nennt man Parsing, und das in ein anderes Artefakt zu übersetzen, das wieder nicht bekannt ist in Form oder Struktur, das nennt man Übersetzen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das geht. Wir haben das letzte Woche besprochen, dass es wichtig ist für eine Architektur zu verstehen, dass man Dinge vergleichen kann oder dass Dinge miteinander sprechen können, die keine gemeinsame Struktur scheren. Damit wir einen Entwurf machen können, also einen freien Entwurf machen können, dass wir unsere Artefakten ausdrücken können, ohne besondere Hindernisse, sodass wir das schreiben können und entwerfen können, wie wir möchten, ohne dass wir spezifische Strukturen oder spezifischen Abläufen usw. folgen. Das, was Gebäude-Informationsmodelle nahelegt, ist, dass Sie Formulare ausfüllen, wie bei einer Bank oder wie bei der Steuererklärung, und dann haben Sie Stücklisten und CAD-Pläne usw. von den Gebäuden. Das Problem dabei ist immer, dass Sie diese Strukturen als Formular vordefiniert haben. Die Vorstellung bei all den ganzen Diskussionen um Gebäude-Informationsmodelle, ist auch das, was ich kritisiere an den herkömmlichen CAD-Systemen, ist immer, die Vorstellung ist, dass man meint, man wüsste, welche Struktur Architekturen haben. Also die Vorstellung, das ist, dass man Architektur in definierten Formularen usw. beschreiben kann, vordefinieren kann. Und das wird aus dem Zwang argumentiert, dass man sagt, ja, wir müssen ja Gebäude vergleichen können. Oder wir müssen z.B. Ausschreibungsunterlagen von den CAD-Plänen kriegen, wir müssen das austauschen können usw. Denn das geht nicht ohne, dass man sich auf eine Struktur einbricht. So, und faktisch läuft das dann auch raus, dass man ein riesengroßes Formular baut, für alle Gebäude dieser Welt, für alle Zeiten. Und was absurd ist. Und dann sagt man, ja, man kann ja Ausnahmen machen usw., aber das ändert nichts daran an dieser Vorstellung, dass man sagt, um Gebäude zu vergleichen, müssen sie spezifischen Folgen, Ablaufen, Strukturen usw. folgen. Das ist nicht richtig. Weil das gesamte Internet läuft nicht so. Und der Erfolg vom Internet, der Erfolg von Smartphones, der Erfolg von Informationstechnologie ist, dass das einfach nicht möglich ist. Wir brauchen Formen und Strukturen nicht definieren, um kommunizieren zu können. Was überhaupt im Übrigen Kommunikation ist. Dass man darüber redet, sich abzustimmen in Form und Struktur, ohne dass man sich wechselseitig kennt. Letzte Woche habe ich Ihnen erklärt, wie man das baut, wie man etwas aufschreibt, was sowohl Form als auch Struktur transportieren kann. Jetzt möchte ich sagen, dass zwei verschiedene von diesen Artikulationen haben. Wie kann man das eine und das andere übersetzen? Oder wie können wir miteinander reden? So, das will ich heute erzählen. Ich habe Ihnen hier eine Funktion gemacht, die sagt einfach so hier, die formuliert Ihnen, die heißt MTP-Book-Meta-Read. Jetzt nur zu zusammenfassend, damit wir einsteigen können. Meta-Read. Das heißt, diese Funktion, die bekommt aus Ihrer Library, die Sie hier wieder setzen, macht die Ihnen alle Metadaten als Liste zusammen. So, dass Sie die zum Beispiel dann, wenn wir das hier, ich mache es mal eben dynamisch, so, dann haben Sie hier Meta-Read und dann bekommen Sie, ich kann es eben alles setzen, dann zeige ich Ihnen, wie es geht. Library is System Dialog Input Directory So, das ist meine Library. Da habe ich diese Bücher drin. So, das sind die File Names, die ich im Moment habe. Das ist die Dokumentation. Das ist der Code davon. Und hier ist der Gebrauch. Und Sie sagen einfach nur MTP Library. Ah, schon wieder. Okay, das hätte ich nicht machen brauchen. So, dann kriegen Sie alle Metadaten von Ihrem Ding, von Ihrer Bibliothek. Und das können Sie verschicken als Mail an Ihre Kollegen. Damit Sie, so wie ich Ihnen das gezeigt habe, Ihre Bibliothek replizieren können. So, das ist, glaube ich, nützlich. Und wenn Sie das kompakt darstellen, setzen Sie das in ein Dataset. Und dann haben Sie Desktop Library. Dann haben Sie hier ein schönes Dataset, mit dem diese Dinge alle beschrieben sind. Und sortiert sind. Gut. Dann habe ich Ihnen zusammengestellt einen, den Code vom letzten Kapitel. von der letzten Sitzung. Das hier sind alle Funktionen, die wir bisher haben. Die evaluieren Sie immer, wenn Sie hier Evaluate Notebook Initialation Cells. Hier können Sie nach allen Funktionen fragen, die verfügbar sind. Es werden jetzt einfach immer mehr. Sie können dann hier die Dokumentation jeweils kriegen, sehen, wie Sie das benutzen müssen. So, hier, das ist jetzt wieder das schnelle Setup, wie Sie eine eigene Library machen können, aus den Metadaten. so, wie wir das bisher hatten. Oder, wie Sie sich selber erzeugen können, aus den Daten, die Sie schon haben. Und dann können Sie hier mit diesem hier, mit diesen Kommandos einfach eine neue Bibliothek erzeugen. Die Bibliothek sollte dann so aussehen wie das hier. Das haben Sie jetzt trainiert. Hier habe ich Ihnen eine Funktion gemacht, wenn Sie ein neues Buch hinzufügen wollen, dann setzen Sie wieder das Directory. Sie holen zum Beispiel von Ihren Kollegen eins von diesen Büchern, kopieren das da rein. Und wenn es ein einzelnes, wenn Sie mehrere haben wollen, folgen Sie diesem Pfad. Wenn Sie eins haben wollen, ist da, brauchen Sie das nur als einzelne Association. Mehrere machen Sie das als Liste. Dann müssen Sie hier unten das etwas anders machen. So, aber das ist jetzt ein einzelnes Buch und das sind die Kommandos, um ein einzelnes Buch der Bibliothek zuzufügen in Version 4.0. Fertig. Gut. Was haben wir jetzt? Okay. So, jetzt haben wir hier, da habe ich Ihnen zusammengefasst, was Sie bisher hatten. Sie können mit diesen Kommandos hier das, Menü haben, mit allen Büchern, die Sie in Ihrer Bibliothek haben. Das war jetzt interessant, dass Sie sagen können, wenn ich dieses Buch selektiert habe, dann möchte ich gerne das Pattern und zwölf von diesen Pattern haben und 30 Buchstaben links und rechts. Jetzt könnten Sie zum Beispiel hier mit, das ist von Christoph Alexander, da können wir zum Beispiel spacefarm, spacefarm, ich werde das, okay, wenn wir zum Beispiel nature, warning, Great. Why not? Okay, lassen wir mal schauen. Und dann jetzt hier, Christoph Alex, auch nicht. Ich habe es falsch aufgesetzt. Irgendwas ist. Set the right way. Warum geht das nicht? Ah, Mist. Ich gucke es mir nochmal an. Das dauert jetzt einfach immer 10 Minuten, bis man sowas raus hat. Sollte gehen. Ich habe irgendwas nicht richtig von vorne bis hinten durchgemacht. Ich habe Ihnen auf jeden Fall jetzt hier für den Wortkontext, wie wir es definiert haben, das zusammengestellt. Ich habe Ihnen das für die Wordcloud und für die Prominenz der einzelnen Worte zusammengestellt. Wir hatten hier die Wortpaare und deren Freundschaften. Das habe ich Ihnen zusammengestellt. Dazu gibt es jeweils Videos, damit Sie Ihre Texte analysieren können. Ich werde es einfach nicht jetzt vielleicht in der Pause mir angucken können, dass das passiert, dass es dann klappt. Irgendwas Kleines ist falsch. So. Ja, war das nicht lustig. Gut. Jetzt zu unserem Thema. Dafür gibt es jetzt Tutorium 14. So, was wir hatten, ist, müssen Sie sich das vorstellen, wenn wir jetzt so einen Text haben hier, irgendeinen Text von irgendwoher. Ist das jetzt unser Text? Dann können wir mit einfachen globalen Funktionen darauf zugreifen. Eine globale Funktion ist zum Beispiel eine String-Length. Das sind diese einfachen Dinge, die man auch sofort versteht. Da fragen wir jetzt einfach, wie viele Charakter sind das? Das ist eine globale Funktion. So, wir können auch sagen String-Position von Text und jetzt sagen wir zum Beispiel May. Dann haben Sie das an zwei Stellen, von 796 bis 798. So, das ist dann hier irgendwo, hier ist May und dann ist das hier nochmal an diesen Stellen. So kriegen Sie auch einen Text-Pattern, den Sie suchen können. So, Sie können auch, und dann können Sie jetzt sagen String-Take. Das sind alles globale Funktionen. Jetzt will ich Ihnen nur zeigen, dass Sie, so jetzt können wir sagen, möchten wir gerne von, denn vom Text von 100 bis 200 und dann kriegen Sie die Charakter von 100 bis 200. So, das ist super einfach zu verstehen, weil das ein Text ist und jetzt globale Funktionen darauf haben. Das heißt, die Struktur, in der Sie arbeiten, ist absolut. Das ist vollständig anders, wenn wir das, so wie ich es gezeigt hatte, lokal machen. Wenn wir das jetzt hier haben, mit plus 2, 3, wenn ich das jetzt evaluiere, dann haben wir hier eine Struktur und hier einen Inhalt. So, und dieser Text hängt jetzt wirklich, hängt davon ab, welche Struktur das ist. Also diese, diese Art von Inhalt ist jetzt nicht mehr absolut, sondern er ist eingepackt in dieser Struktur. So muss man das lesen. So, und jetzt können Sie zum Beispiel, wie wir das hatten hier mit dieser Cell, jetzt haben wir das hierarchisiert und jetzt sagen wir Cell Print von Cell. Jetzt haben Sie hier eine Hierarchie von verschiedenen Strukturen und Formen und jetzt haben Sie den Inhalt strukturiert eingepackt und kriegen jetzt diese Artikulation. Wenn ich jetzt die Form, also wenn ich jetzt in dieser Konfiguration von Form und System etwas ändere, ich kann jetzt zum Beispiel hier eine 1 setzen und das dann wieder artikuliere, dann ändert sich zum Beispiel die Farbe. Oder ich gehe hier in eine andere Form, ich sage hier Hey, Blink, mache ich wieder eine andere Form, ändere ich an einer bestimmten Stelle in dieser Struktur eine andere Form, behalte die Struktur aber bei und dann kriege ich eine andere Artikulation wieder. So, es geht immer um ein hierarchisches Zusammenspiel von Form und Struktur in diesem Code. So, jetzt kann ich hier, ähnlich wie ich das mit dem Text gemacht habe, das mit Grafik genauso machen und so möchte ich Ihnen das auch zeigen, dass Sie das mit Architektur genauso machen. So, mit Grafik läuft das so raus, dass Sie hier sagen, ich habe eine bestimmte Form, zum Beispiel hier den Punkt oder den Radius, den setze ich in eine bestimmte Struktur, hier das gleiche, in eine bestimmte Struktur, dann habe ich hier wieder eine Form, eine Form, die wieder in einer Struktur sind, das ist, Red ist ja RGB Color, von der Form 100. So, das ist eigentlich die gleiche Form, wie das hier, nur nicht auf die Sphere, sondern auf die Farbe gerechnet. Beide hier als Liste sind die Form für die Struktur 3D-Grafik. So, und dann führe ich das aus und kriege statt einem Text, der direkt vergleichbar organisiert ist, eine 3D-Grafik. So, das ist wichtig zu verstehen, dass diese Dinge alle auf die gleiche Art und Weise beschrieben werden. Und die Hypothese ist, dass nichts anders beschrieben werden kann, also man kann alles, was man formulieren kann, so beschreiben. So, das ist anders als mit einer normalen Schrift auf Papier, anders als mit einer Maschine und so weiter. Man kann alles, so wie man auch schreiben kann und alles herbringen kann, intellektuell, kann man hier jede Form von Mechanismus herbringen. So, wir hatten auch das erzählt, hier hatten wir selber eine Struktur aufgebaut, für HTML. Diese Struktur hier, Struktur und Form, ist wieder nur hey, hey, macht HTML von diesem Artefakt hier. Und das kann ich jetzt mit einem normalen Webbrowser mir anschauen. Jetzt kann ich sagen, HTML-Code ist das. Und jetzt kann ich sagen, System-Open von dem HTML-Code. Ah, ich muss das speichern und so weiter. Ich müsste jetzt, kann ich ja machen, damit wir es nochmal sehen, wie diese Dinge gehen. Application, Text-Editor. So, ich muss ein normales Plain-Text haben, setze da mein HTML rein, speichere das als one.html. Ich habe da eine Webseite, gehe hierher und dann ist das hier so. Das kann ich mir angucken über diesen Developer, Web Inspector und dann habe ich hier meinen Code. Hier kann ich mir auch so suchen, wie das jeweils funktioniert. Und hier sehe ich, dass ich das bold, hey, bold. Struktur, Form, Endstruktur. Immer das gleiche Spiel. Alles funktioniert so. Also nichts, was nicht so funktionieren kann. So, und Sie brauchen deswegen, dass das Schöne, Sie müssen einfach sagen, ja, da fängt die Säule an und da hört die Säule auf. Und dann in der Säule, das ist die Farbe, fängt an und hört die Farbe auf. Und so bauen Sie sich die Sachen zusammen. So. Das war Zusammenfassung von dem, was wir bisher gemacht haben. Wenn wir jetzt eine solche Struktur haben, von irgendeiner Art, oder ich zeige Ihnen jetzt hier dieses Spielchen hier noch, nur damit Sie sehen, wie verpannt das ist. So, wir haben hier eine Variable. Das ist eine Form. Wir symbolisieren eine Form. Und Form und so. Eine Sensibilität. Eine Messung. So. Sagen, so soll das sein. Dann können wir jetzt mit dem A das in die Form bringen, plus. Ja, so. In die Artikulation plus bringen. Das heißt, die Form A und 3 in die Struktur plus. Kommt da 5 aus. Ich kann die Form Text und A in die Struktur String Tag bringen. Und dann kriege ich die ersten beiden Buchstaben. TE. Ich kann hier die Grafik machen. Das heißt, ich bringe jetzt hier zum Beispiel das A auf die Y-Achse. Mache das hier 1. Ist das so, wenn ich das A auf die Y-Achse bringe, kriege ich das, ich kann es auf. So. Dann ist das A. Ich kann es A auch hier hinbringen. Auf die Größe des Bildausschnittes. Das geht nur, weil die Struktur, weil es eingebettet ist in andere Strukturen. Und im Zusammenspiel mit anderen Formen. So, gehen wir nächstes. Ich kann auch, das ist parametrisches CAD. Ich mache das jetzt hier so. Ich sage, Grafik, rot, Rectangle, von hier, von hier bis A. Das mache ich eine Variable von einem, also die Länge von, das ist ja der untere linke Punkt, das ist der obere rechte Punkt. Das heißt, die Länge von dem Rechteck, also die Höhe von dem Rechteck, ist A. Und dann setze ich das wieder hier rein, Plotrange und so weiter, dann ist das ein Rechteck mit der Höhe A. Ich kann das jetzt hier auf 1 setzen. Dann sehen Sie, das ist ein Parameter. Das ist ein oder dasselbe A. In verschiedenen Formen, in verschiedenen Artikulationen. So, ich kann auch zum Beispiel für 3D das in den Viewport-Point setzen. A ist jetzt hier die Kameraposition. x-Position von der Kamera für ein 3D-Ding. Ich setze das jetzt auf 1, dann sieht das so anders aus. Aber jetzt bin ich bei A, dann bin ich auf die Position 2, minus 2, 1. Immer A. So, ich kann einen Film sortieren, auch öffnen. Gehen wir hier mit Filmen arbeiten. Das zeige ich Ihnen nächste Woche. MTP. Jetzt gehen Sie hier, Ex Machina. Movie. So, wenn Sie jetzt einfach fragen, Import von diesem Movie, die Frames, Sekunden, Minuten, dann ist das jetzt die zweite Minute von dem Film. Da ist das eine Zeitangabe. Um das Frame von dem Film von der zweiten Minute zu bekommen. Nur dadurch, dass das A jetzt in einer anderen Struktur steckt. So, jetzt habe ich Ihnen dieses hier zusammengestellt. All diese Experimente, die wir jetzt gemacht haben, habe ich einfach nur in eine Liste gesteckt, dass die alle ausgeführt werden. Dann habe ich eine Reihe davon gemacht, dass das schön da steht. Und jetzt habe ich das dynamisch gemacht. Dynamisch den Variable A an den Slider hier geknüpft. Der Slider geht von 0 bis 4. Und jetzt schauen Sie, was passiert. So, es ist ganz entscheidend, dass Form und Struktur wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und dass es Quatsch ist, zu sagen, das hängt irgendwie zusammen und so weiter. So, beziehungsweise Ihre spezielle Artikulation ist. Wenn man das vorher bestimmt, ist das irgendwie doof. Wenn man da vorher ein Formular macht. Weil man sich alle Möglichkeiten nimmt. So, das jetzt verstanden, geht es darum, wie können die überhaupt miteinander reden. Also wenn die Form und Struktur vollkommen unabhängig sind und alles irgendwie nicht miteinander arbeitet, wie kann ich jetzt von einer in das andere übersetzen. Und das nennt man Parsen. So, gehen wir mal hierher. Das zeige ich Ihnen hier, wie das geht. Und das ist nämlich interessant. So, wir haben eine Expression, das ist hier. Das ist jetzt zum Beispiel hier unsere Bar. Irgendeinen Ausdruck. So, den nennen wir, den habe ich jetzt Expression 01 genannt. Jetzt gibt es dieses wunderbare Konstrukt, das heißt Cases. Ich mache es eben größer. Das ist auch eigentlich nur die Bewegung, die ich Ihnen lege. Der Rest ist dann jetzt Handarbeit. Das ist das, was Sie verstehen müssen. Mehr müssen Sie heute nicht verstehen. Oder wenigstens irgendwie sagen, wow, das ist cool. Also, wir haben Cases. Und jetzt setzen wir in die Cases, setzen wir irgendetwas rein. Zum Beispiel können wir aus der Welt. Das ist das erste Parameter. Das ist irgendetwas aus der Welt. Zum Beispiel sagen wir Expression 01. So, das ist ein Gegenüber. Oder etwas aus der Welt oder die ganze Welt. Vollkommen egal. So, und jetzt sage ich, ich meine eigene Struktur, ich mache Schätze Frage. Und ich sage, gibt es etwas von dem, wie ich frage? In der Welt. So, jetzt könnte ich zum Beispiel fragen, gibt es Red in der Welt? Und dann sage ich All, All. Dann findet er Red. Weil das hier ist. Ich kann auch fragen, gibt es ein Rechteck in der Welt? Rechteck mit mehreren Parametern. Dann sagt er, ja, es gibt ein Rechteck. Ich kann auch sagen, dieses hier. Zum Beispiel, dieses ganze Ding hier ist Expression 02. Ist das hier. So, jetzt haben wir hier Expression 02. Ich sage jetzt hier Expression 02. Das heißt, ich habe jetzt eine bestimmte Frage und ich frage jetzt einfach was anderes in der Welt. Oder ich frage eine andere Welt. Und dann sehen Sie, der findet ein Respekt. Und zwar mit einem anderen A. So, was Sie hier haben ist eine Frage oder wie man das nennt, ist ein Pattern oder ein Schlüssel. Und Sie brauchen gar nicht verstehen, was das ist. Sie müssen nur sagen, was Sie wollen. Sie brauchen, es ist vollkommen unerheblich, was Expression 02 ist. Sie müssen nur eine Frage stellen und Sie sagen, ich bin interessiert an Rechtecken. Sie können auch sagen, ich bin interessiert an roten Rechtecken und so weiter. Und das tun Sie mit diesem Schlüssel. Und wenn Sie da einen falschen Schlüssel haben, zum Beispiel in diesem Fall ein Rechteck, was nur eine Variable hat, dann gibt es halt nichts. Oder wenn Sie nach Grün fragen, Sie sagen, nee, es gibt kein Grün. Grün gibt es nicht. So, fangen wir jetzt also an und sagen, und dann zeige ich Ihnen, wie man da jetzt rankommt, dass wir das jetzt so erstmal kurz schließen. Jetzt sagen wir, wir haben, dann kann ich Ihnen zeigen, wie man da Formen aus Raus- und Strukturen raus-extradieren kann. So, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, das ich Expression 01 habe. Das ist also nur diese Bar hier. Und jetzt frage ich, gibt es diese Bar da drin? Das ist es selbst. Alles. Und dann müsste es genau die Grafik geben. So, das heißt, wenn ich jetzt aber frage, gibt es das mit der Größe 1? Dann sagt er, nein. Gibt es das mit der Größe A? Dann sagt er, nein. Weil A im Moment über den Slider 1,33 ist. Wenn ich jetzt wieder auf 2 mache, sagt er, das habe ich. So, jetzt möchte ich aber gerne das nicht spezifisch machen. Das heißt, ich möchte sagen, es ist mir vollkommen egal, welche Länge der Balken hat. Es ist mir nicht egal, auf welcher x-Koordinate es ist. Es ist mir auch nicht egal, welche Farbe das ist. Dann setzen Sie hier ein Variable hin, einen Joker hin. Und dann funktioniert es. So, Sie sagen auch, es ist mir vollkommen egal, welche Farbe das ist. Dann sagen Sie hier. So, dann sagen Sie, wo die Plot Range oder die Axis, die Image Size und so weiter sind, nehme ich weg. Und da das mehrere sind, sage ich, ist mir egal. Also, das heißt immer, 1 ist mir egal. Jetzt wird es nicht funktionieren. Jetzt sagen wir, wenn wir mindestens 1, dann funktioniert es. Und wenn es entweder gar keins oder beliebig viele, dann müssen Sie 3 von den Unterbalken einsetzen. So, das heißt, das matcht jetzt. Das ist ja schon mal lustig. So, dann sage ich, hier, an dem A bin ich eigentlich interessiert. Dann sagen wir, das nenne ich x. So, und dann kann ich hier sagen, das x will ich haben. Ich will gar nicht das Ganze haben, sondern ich will nur das x haben. Und dann kommt jetzt die 2. Das heißt, was immer jetzt passiert, erholt sich das, mit diesem Filter, einfach das x raus. So, und jetzt sage ich, ja, wenn das so ist, ich will einfach nur die Höhe von dem Rechteck, dann bin ich nicht interessiert hier dran und ich bin auch nicht interessiert hier dran. So, und dann kriegt man die 2. Wenn ich jetzt das Ding auf Expression 2 setze, also auf diesen Ausdruck, dann müsste jetzt 1,33 rauskommen. So, das heißt, ich stelle jetzt eine Frage an die Welt mit einem ganz bestimmten Filter, das ist sowas wie ein Schlüssel, und dann hole ich mir Parameter raus, die ich haben möchte. Und Formen und Strukturen raus, die ich gerne haben möchte. So, und wenn ich nicht gut fragen kann, kommt nichts raus. Aber, ich kann die ganze Welt fragen. Und ich brauche auch nicht verstehen, was drumherum alles passiert. So, und das ist alles. Jetzt kann ich natürlich dieses a hier, oder dieses x hier nehmen, jetzt sagen wir zum Beispiel, ich will mir nur den einen Wert haben, und es kann ja mehrfach vorkommen. Ich kann jetzt ja zum Beispiel hier sagen, ich mache Expression, das ist auch hier zum Beispiel interessant, und 0,1, und ich habe Expression 0,2. Das ist jetzt ein Ausdruck, der sowohl das, als auch das hat. Und dann ist ja, mein Schlüssel würde jetzt zweimal feuern. Einmal von hier und einmal von hier. So, und dann kriegen wir die 2, die 1,3. So, das gibt es zweimal. So, das ist das, was Sie eigentlich nachher haben wollen, in einem Gebäude, wenn Sie einfach sagen, ja, da ist die Stütze, wie viel gibt es davon in Ihrem Haus? Dann ist mir nicht so wichtig, ob die alle gleich hoch sind, aber die mit der Farbe, wie viel gibt es denn davon? Dann gucken Sie sich das an, und dann fragen Sie, und dann wird abgezählt. Und Sie brauchen nicht vorher sagen, wie die Stütze beschrieben ist. Brauchen Sie nicht vorher spezifizieren. Sie gehen davon aus, dass ein sinnvoll geplantes Gebäude auf irgendeine Art und Weise sinnvoll strukturiert ist, und dann können Sie mit dieser Technik alles abfragen. Ohne, dass Sie vorher bestimmen müssen, was eine Säule ist. Das wird sich ja zeigen. In jedem Gebäude ist eine Säule etwas anderes. So, das ist die Vorstellung, und das ist der Power vom Internet. Deswegen funktioniert das. Und für Architektur ist das absolut entscheidend, dass man das kann. Und das mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit kann. So, wenn ich jetzt zum Beispiel diese 2 und diese 13 habe, dann kann ich die natürlich jetzt übersetzen. Dann sage ich einfach hier, das ist meine Form, meine Forms sind das. Und jetzt gehe ich einfach hier und sage, dann nehme ich doch einfach zum Beispiel hier meinen anderen Ausdruck hier, Copy. Und dann steht, dass ich hier zum Beispiel die 2 habe, oder da hatte ich auch A hingesetzt. Da sage ich jetzt einfach, dann nehme ich doch den zweiten Parameter von Forms. Dann sage ich Forms von 2. Und da kam die das. Und was wir gemacht haben ist, wir haben das Ding übersetzt in das. Das ist alles. So, wir haben also eine Strukturierung, immer Form, Struktur, Form, Struktur, Form, Struktur, irgendeine Artikulation oder einen Ausdruck. Dann bauen wir einen anderen, Form, Struktur, Form, Struktur, irgendwas. Und dann können wir mit Cases oder mit Replace und so weiter, da gibt es eine Familie von Funktionen, die alle nach dem gleichen Denkprinzip arbeiten. Dann hole ich nach einem bestimmten Schlüssel, holt die eine Struktur, sehe ich einfach aus der anderen Struktur Sachen raus und baut die zusammen. So geht das dann bei Gebäuden. Wir haben einen CAD-Plan, dann haben Sie einen Schlüssel für alle Säulen, dann holen sich die Dinger raus und dann haben Sie eine Tabelle, mit der ausgewertet wird und Listen und Mengengerüste und so weiter gemacht werden. Fertig. Meine Übersetzung. Supersimpel. Das müssen Sie nur im Kopf haben und dann wird das irgendwann, irgendwann denke ich, relevant werden. Das ist sehr elegant, weil es keine Voranlagen macht. Also alles, was Ihnen auf diesen Konferenzen über BIM und CAD und so weiter erklärt wird, sind immer, dass Sie komplizierte, große Systeme und Klassifikationen und so weiter haben. Die lösen nur dieses Problem. Und das, was Sie wirklich haben, braucht keine Vorannahmen und es ist der Standard XML, ein internationaler Standard von 2004. Da haben Sie keinen Stress für mich. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einfach sagt, ja klar, das ist ein esoterischer Kram. Das ist, wie das Internet funktioniert. Und von diesen Artikulationen gibt es vermutlich Millionen oder 10 Millionen mal mehr als BIM-Modelle. Also nicht irgendwie 10% mehr oder 200% mehr oder 10 mal so viel, 10 Millionen mal so viel. Das ganze Internet arbeitet genau so. Nur mit dieser Form von Übersetzung. Gut. Wenn etwas so erfolgreich ist wie das Internet, es muss immer elegant sein. Es ist nicht böse oder so. Es ist wirklich eine elegante Lösung für ein Problem, was wir alle haben. und die Probleme, mit denen wir im Moment, ja als Architekten, eigentlich immer gegen die Wand laufen, dass wir die Häuser richtig strukturieren müssen und so weiter, ist gelöst. Und das will ich Ihnen nur sagen, immer wieder, damit Sie da nicht ums Zeug lernen. Am Ende muss man aus pragmatischen Gründen natürlich trotzdem damit umgehen. Aber das ist das Problem und das ist die Lösung dafür. Gut. Mache ich Ihnen noch das kurz. Jetzt ist das relativ klar, wie Sie das machen müssen. Und dann gehen wir nach der Pause in ein Beispiel. So, wir haben hier den HTML-Code. Mathematiker kann HTML nicht importieren. Weil das eigentlich ein altes Format ist. XML ist der Standard. Das ist kein Mathematiker. Da gibt es kleine Abweichungen in der Syntax. So, was etwas ärgerlich ist. So, hier der ist HTML und XML. Deswegen funktioniert das. Wir müssen da immer drum rum. Das werde ich jetzt bei den größeren Beispielen zeigen, wenn man drum rumkommt. So, was wir aber vor allen Dingen machen, ist, dass es jetzt in XML und dann in die Syntax von Mathematiker übersetzt wird. Und dann haben wir XML-Objekte. Das ist, glaube ich, ist einfach die gleiche Struktur wie das und noch unleserlicher als das. So, aber es ist jetzt nicht ein String, wo einfach nur Buchstaben miteinander stehen, sondern es ist strukturiert. Und damit kann ich jetzt schnell und gut arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen Cases und wir haben jetzt hier XML-Code. Das ist unsere Welt. Und der Key soll jetzt sein, wir möchten zum Beispiel hier unser Hey-Hey haben. Oder wir wollen jetzt einfach hier zum Beispiel den Paragraphen haben. Der geht von hier bis hier. Das ist der Text. Das heißt, das kopiere ich jetzt einfach raus und sage, mein Key soll das hier sein. Und dann sage ich jetzt, ich möchte gerne alles raussuchen davon. Und das funktioniert natürlich so. Wo geht das raus? Was ich aber eigentlich, weil das eins zu eins rauskopiert ist, was ich aber eigentlich will, ist den Inhalt. Sie haben immer hier die Struktur, das sind die Attribute und das sind die Inhalte bei den XML-Elementen. Das heißt, hier bin ich daran interessiert, das setze ich auf die Variable und die möchte ich auch gerne nur raushaben. X. Das ist der formatierte Text. So, das ist aber jetzt nicht so, wie wir unsere Notebooks organisiert haben. In den Notebooks hatten wir MTPF Text. Von dem. So, jetzt machen wir ein von dem. und wir wollten das als Text haben. So, das hatte ich Ihnen. So, jetzt haben wir hier eine Mathematiker-Zelle. Das ist der Inhalt und das ist die Struktur der Zelle. So hatten wir Notebooks geschrieben. So, Sie sehen, die Welt, der Schlüssel und die Übersetzung. Das gibt das. Jetzt fehlt uns noch hier. Das müssen wir noch übersetzen und das hier müssen wir noch übersetzen. Sagen wir, okay, das ist jetzt unsere Cell 01. Und jetzt müssen wir das ersetzen. Das geht mit Replace. Funktioniert vergleichbar mit dem Cases. Cell 01. Und jetzt sagen wir, das hier soll übersetzt, und zwar das hier soll und zwar das hier ist X das soll übersetzt werden in MTP Format Bold von X. So, und jetzt gucken wir uns an, was da passiert, wenn wir das ausführen. Ups, dann habe ich jetzt hier ein zu viel. So, das haben wir noch nicht. So, das XML ist der Schlüssel, so soll es übersetzt werden. Das I ist der Schlüssel, so soll es übersetzt werden mit Y. Das möchten wir für alle machen. Aber ich habe das All vergessen. So, und jetzt sagen sie, das soll ersetzt werden und das soll ersetzt werden und jetzt kriegen wir hier eine andere Struktur. So, wir haben alle Inhalte übernommen, die uns interessant sind und wir haben die Strukturen in eine andere Struktur einfach übersetzt. Das ist jetzt hier so, dass ich es Cellprint machen kann. Weil das die Struktur ist, mit dem die Notebooks organisiert sind. So, das ist im Prinzip alles. So, jetzt wollen wir dann, jetzt machen wir zehn Minuten Pause und dann machen wir ein Beispiel. Ich werde Ihnen hier Reuters Nachrichten zu einem Notebook zusammensetzen. So, die letzten 100 Nachrichten ein Buch machen. Zum Lesen ohne Werbung. Was Sie dann mit Designboom und mit dem Immo-Scout auf die gleiche Art und Weise machen. Aber die prinzipiellen Gedanken und die prinzipiellen Werkzeuge, die, denke ich, habe ich jetzt sehr präzise erklärt. Der Rest ist Handwerk. Okay, machen wir ein bisschen Pause und dann geht es weiter.